Naja, lass uns das mal alles angucken, wie das aussieht. Aufnahme läuft hier jetzt 10 Minuten lang. Gucken, ob das geht. Ja, da war was. Haben da ja nicht viele von bei gepackt. Blitze Feuerstein Vulkan, ah, kenn ich schon. Noch mehr Feuerwürfel. Yay! Wunderkerzen. Noch mehr Feuerwürfel. Haben wir schon alles. Na ja, das war alte Sachen hier. Machen wir mal einen Feuerwürfel auf. Billig die Dinger. Wir packen ohne Ende welche geraten. Bisschen dreht er sich schon. Ja, fertig. Wir legen mal einen kurzen Vulkan hier. Hier ist es okay. Mal gucken. So, jetzt kann man es gut hier sehen. Oh. Oh, weg, weg, weg. Oh. Dicker als ich erwartet hätte. Gut, oder? Gut, oder? Gut, oder? Auch knibbeln? So eine Art Wunderkerzen anscheinend. Mal gucken. cool. Ich werde denquisiteen Fersegel. Ich lege den Fersegel. Oh, der ist es ganz schön. Ich bin ein, 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 ein. Moment, legen wir mal die Kamera anders in die Hand, wie soll ich das 2.5 dünn, gleich mal so. So oder? Oh, testen wir heute Abend hier. Ein paar kleine Feuerwerks. Ich kann die Kirchturmspitze sehen und den Moran, ich weiß nicht ob er drauf ist, aber ich kann ihn sehen. Wir wollen doch nicht alles verschwenden, ich pack die Sachen mal an und geh wieder ran. So.